Das müssen wir machen bevor die Münster hinfällt. Das können wir irgendwie nicht. Es ist gesperrt hier. Ja, ja, ich versuche es doch. Wie haben wir das denn? Wir haben das beim ersten Mal gemacht. Ich habe die irgendwie abgekratzt. Ich glaube wir haben die Scherben benutzt. Können wir uns abkratzen mit der Scherbe? Ich glaube das ist das Ziel aber... Ich bin genauer. Es ist nur eine kurze Zeit, was so ist, aber... Zeit kann man ja nichts machen. Ich muss nichts machen. Ich weiß es nicht. Können wir etwas dazwischen machen und wir... machen dazwischen... Wir haben eine ganz kurze Zeit, in der wir irgendwie etwas machen können. Die vorigen Bildschirm haben wir hier schonmal... Das war klar. Das Hilfesystem ist hier ein bisschen lächerlich. Aber... Wie kriegen wir denn die Münze ab? Wie haben wir das denn gemacht? Wir haben ja irgendwie schon die... Briefmarke abgekriegt. Wie ist es irgendwie eine Möglichkeit? Okay, jetzt... Der Sekunde vor... Jetzt habe ich hier ein Wartedienst-Symbol. Aha. User, stopp schützern, für Gottes Willen! Ich habe die Impression, dass es sich um uns herum geht. Eine Art von Musik, mit einem russischen Akzent. Aber ich bin nicht! Da, da habe ich es gehört. Wie haben wir das? Die Einheit, die ich habe gehört, ist das wundere Warte. Mit einem russischen Akzent. Hmmmm. Aber jetzt gehen wir jetzt mit der Münze. Ganz genau. Du hast doch bestimmt etwas für klinge. Das ist nicht eine gute Idee, User. Nein! Wo sind die die Musik? Ah. Don't go with them! Can we move on the bobeen? We are lucky! Let's cross our fingers and hope that they can't find the light. Gretchen! Let's cross our fingers and hope that you can't find the light. It's broken. I was worried you would move this one. Thankfully, there's no chance of that happening. At least, not as long as the device that's attached to this wire doesn't work. Ah, I get the feeling that sometimes I should just give my mouth shots! Maybe one of the stickers we can take? Oh, I don't know! Yeah, I mean, I don't want to do something! Let's get some stuff to do somehow! Punkt 4 Können wir die Lupe irgendwie mitnehmen oder so? Ich kann mal nichts mehr Oha Das heißt, wir können von jeder Seite zu einer anderen Ok, ich habe eine grüne Farbe Ein Farbkreis mit Grün und Blau Schönen Magendarme Gelb Und Weiß Ok, was machen wir mit dem riesigen Bahnen hier Wollen wir die Räder abschrauben Um roten Roten Farbeimer Ich habe auch rotes, blaues und grün Aber hier Jetzt ist es auch in den Weiß Aber Ich weiß nicht Es ist eine Briefmarke Ich mache was besorgen Ich mache was besorgen Und ein Stück der Schiene fährt Und ein Stück der Schiene fährt Und ein Stück der Schiene fährt Wir können uns ja bewegen Ich finde es Ich habe in den Wollen wir ihn Was Das ist Wie Ich habe Ich habe die Wo ist die Zimmer in den Weiß? Verrückte den Kabel. Okay, da war ich noch nicht dran gedacht. Ja, hier. Ich habe die Verrückte den Weiß. W-W-W. Wir haben nicht gesehen, dass es ein Kog ist. Wir haben nicht gesehen, dass es ein Kog ist. Verrückte eine Maschine mit einem Stamm? Wie logisch? Nur in der Fall, ich hoffe, dass es nicht verbaut wird. Nein, nein, nein. Wo ist die Mäne? Ich hoffe, dass es nicht verbaut wird. Ich hoffe, dass die Mäne der Gäste aufbauen kann. Ich weiß es nicht. Welche Mäne der Gäste aufbauen? Well done, Watson. Wir können endlich besser sehen. Ich habe die Gefühl, dass Mr. Wilhelm wieder wiederkühlen. Ich habe die Mäne der Gäste im Hintergrund. Ich habe es nicht so, dass er eine Bühne anmützlen. Ich habe das zu sehen. Das Ort, der aufbauen sich aus dem Sonnen. Herr Wilhelm, bist du tot? Holmes, er fließt. Watson, was er hat in seinem Gesicht? Oh nein! Es sieht aus wie ein relativ starkes, monochromatisches Parasite. Und es ist wirklich ernst? Du bist ein Vergnügen der Medizin. Du bist eine gewisse Profession. Lass mich einen näher schauen. Ich würde lieber meine Distanz von dieser Sache halten. Tja, anfassen tut es nicht. Direkt einmischen ist also nicht drin. Jetzt ist es da wieder dunkel geworden. Jetzt ist es da wieder dunkel geworden. Wir müssen zurück in der Raum, in der wir begonnen haben. Wir können unseren Weg finden. Ja. 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 Das ist sicher, dass er da dunkel oder im Mund ist. Ist ja das denn? Ist das wirklich ein blieb? Ich bin schon, ähnlicher. Ich bin schon, ähnlicher,ини de, oder? Ich muss irgendwas machen. Das Maschine sieht nicht aus, wie es in einer anderen Seite ist. Wir müssen zurück in die Wohnung in der wir begonnen haben. Wir können unseren Exit finden. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. So, ja. Ich muss irgendwas machen. Ah, die Kabel ist schon in der Folge. Wir gehen durch hinter den Mund. Aha. Und wie viele von ihnen existieren. Das ist der einzige von ihrer Art. Also ist es nicht sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll. Es ist 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 sinnvoll. Was? Telefon nochmal zum Klingeln bei? Ich habe nur noch dieses Drehrätsel. Bevor wir noch keine Antwort haben. Oh. Ich bin doch hier zum spülen. Ok, das hatten wir schon. Aha, das habe ich versucht aber... Die Faust? Ok. Oh, ein Haar, ein Haar. Ich habe das Haar geboren. Das Haar geboren. Oh, da bist du noch für Mr. Wilhelm Scream. Put das H zurück. Hier. Hier. Warte. Wozu? Hier können wir rot, grün und blau kombinieren und weiß zu mischen. Hier ist schon wieder die Faustür. Hier ist noch ein Haar. 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 I'm with a user, a human, and we're trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he's not the one! User, I think we're going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual. Unless, of course, you've got the number for the fire department. ... ... ... ... Das haben wir noch nicht probiert Das müssen wir doch noch mit den Farben dafür machen können Wir müssen auch die Farben kombinieren können, das hat vielleicht irgendwas hiermit zu tun Ich sehe nicht wie das was damit zu tun haben könnte Das Telefon Wo ist ein Marron? Aha Das ist ein Marron Das war der Fall Wenn wir nur etwas haben, das wir nutzen können... ...Feder... Was passt gut zum Videospiel... Ohne Uhr... Ich habe absolut keinen Plan... Oh, es passt Musik... Ich kann einen Miss Voodoo anrufen... 555-2368... 555-2368... 555-2368... Warte 5... 5... 5... 2... 6-8 war es glaube ich... Offensichtlich nicht... 6-4... 3... 6-8... 2... 3... 6... Achja, alles W-Schreiben... Es funktioniert. Es gibt eine Verbindung. Das ist verrückt. Der Telefon ist wieder das wunderschöne Geräusche. Niemand scheint zu versuchen zu kommunizieren mit uns. Es ist die Video-Ghost Holmes. Komm schon, Watson, dich zusammenziehen. Es ist wahrscheinlich Mr. Moochie, der einen zweiten testet hat. Mr. Sherlock Holmes spricht. Ein Dosenchantment-Ritual? Du musst einen anderen Dupe finden, Madame. Guten Tag. War es ein Video-Game? Nein, ein Telefon-Scam. User, dieser Chanuk Holmes-Fellow ist nicht sehr kooperativ. Chanuk... Es hat uns also nicht viel weiter geholfen. Dann kommen wir mit Chanuk zurecht. Ja... Das ist schon mal was Chanuk gesagt. Hätte ich verblüht sein. Aha. Was haben die Freunde schon mal nicht gemacht? Wenn ich es dunkel gemacht habe, bin ich nicht auf die Straße gegangen. Wir haben nur unsere Freunde in der Nacht geholfen, User. Das ist nicht sehr gut. Das ist nicht sehr gut. Mache dir, nichts, was du sogar noch einmal überraschst. Es ist schmerz wieder in diesem Körner. Ich sage, es gibt ein bisschen Licht an der Entranse. Ich habe mir vielleicht mein Magnifizier-Glas hier verloren. Gut gemacht, User. Das Charakter ist nicht mehr auf dem Kommunikation-Device. Nicht mehr. Okay, kommt jetzt auf die Straße oder? Weiß ich kann mir das Telefon nicht mehr ran. Was soll ich das bringen? und doch mal auf die straße das hatten wir schon es bringt nichts, die gehen nicht auf die straße ich habe den alten Video ich habe den alten Video Das kann man jetzt irgendwie... Mh... Machen wir das nicht an? Tja... Nix... Tja... Die Wubelsache bringt es nicht... 5...5...5...2...3...6... Versuch's nochmal... 2...5...6...2...2... Ah, ok, das ist gut, wassnehm? Ok, das ist gut. Es geht nicht, Kürscher und Vollmond. Ok, Vollmond. Und gäbe Farben mit dem war irgendwie Mut, ja, du mein Können. Ich hab nur noch keinen anderen Anruf. Wie viel? Ach, was? Das ist der Mond anmalen. Ne, das war den Mond anzünden. Was Harley gesagt hat. Harley sagt, dass ist den Mond anzünden. Der Mond anzünden. Der Mond anzünden. Der Mond anzünden. Der Mond anzünden. Ich habe meine Pinsen gefeiert.